Wie vorausgesagt, Krieg eskaliert, hatte ich letzte Woche im Video gesagt. Der Nahe Osten beginnt zu brennen und oder brennt noch mehr. Und Bannung dieser Eskalation sehen jedenfalls nicht im Oktober. Herzlich willkommen beim Monatshoroskop Oktober. Und wie schon erwähnt eingangs, wir haben ja am 2. Oktober schon die Sonnenfinsternis gehabt. Und da habe ich ja gesagt im Video letzte Woche, das sieht nicht gut aus für Kriegsgeschehen. Und diese Transite begleiten uns auch noch weiter, diese Konstellationen begleiten uns weiter. Und wir sehen ja jetzt gerade den Nahen Osten wieder immer mehr Flächenbrände eigentlich auffachen. Und ein Frieden ist noch lange nicht in Sicht. Spannend ist es auf jeden Fall im Oktober und gerade jetzt, nämlich bis zum 8. Oktober, also vom 1. Zehnten bis 8. Zehnten haben wir ein anderthalb Quadrat zwischen Lilith und Uranus. Und die Lilith steht ja in der Waage und der Uranus im Stier. Und Uranus im Stier, das ist ja so der Wandel der Werte, das sage ich ja immer wieder. Und was da auch wichtig ist, das ist auch der Wandel deines Eigenwerts. Also Uranus will einfach revolutionär, dass sich etwas in deinem Leben tut, dass du einen anderen Zugang zu dir kriegst, zu deinem Eigenwert. Und der Eigenwert definiert sich ja auch über dein Wertesystem. Das heißt, neue Werte sollen da einfach kommen, alte revolutionär aufbrechen. Und da musst du dich damit auseinandersetzen. Welche Werte hast du denn? Welche Werte brauchst du noch? Und welche Werte sind da über Bord zu werfen? Und gerade eben mit diesem anderthalb Quadrat Lilith in der Waage und eben der Uranus im Stier, das sagt eigentlich schon aus, dass, ja, also Lilith ist ja so das Dunkle, das Verborgene, auch das emotional Verborgene. Und für mich ist das auch so ein bisschen so ein karmischer Aspekt, wo es wirklich auch darum geht, so Familienkarma, wo vielleicht einmal gute Miene zum bösen Spiel gemacht wurde, wo irgendetwas unter den Teppich gekehrt wurde, wo irgendetwas mit einer Pseudodiplomatie gelöst wurde. Und das passt aber nicht, wo sowas vielleicht einmal noch aufbrechen möchte. Und da haben wir jetzt wirklich bis zum 8. Oktober ganz starke Tendenzen, also dass wirklich so altes Vergangenes dir noch einmal hochkommt, und aber auch dann transformiert werden will. Und das kommt dann oft einmal über eine gewisse Frustration, über einen gewissen Druck natürlich auch hoch. Also da bitte darauf achten, 1.10. bis 8.10. Lilith Uranus 1,5 Quadrat. Was uns jetzt begleitet, ab dem 5. Oktober haben wir ein 1,5 Quadrat zwischen Merkur in der Waage und dem Saturn in den Fischen. Und das geht bis 8.11. Und das ist noch einmal so ein Aspekt, wo es wirklich darum geht, also das Handeln, wo das vielleicht einmal eingeschränkt wird, wo vielleicht Pläne nicht ganz so aufgehen, wo man auch aufpassen muss, also beim Bedienen von Maschinen, wo so bewegliche Teile kaputt gehen können. Und da einfach einmal 8 geben bitte und ein bisschen vorsichtig sein. Und das läuft eben jetzt bis zum 8.11. Da kann es auch sein, dass eben Verhandlungen sich dahin ziehen und dass das ein bisschen frustrierender ist und sich vielleicht nicht so leicht gestaltet, wie erwartet. Aber am Ende des Tages ist es dann auch gut, dass man eben auch prüft, auf was lasse ich mich denn ein, welche Geschäfte lasse ich mich ein, wo sollte ich eher aufpassen, also da einfach ein bisschen das Auge drauf haben. Ja, Kriegsgott Mars wetzt dann wieder die Messer 7.10. bis 13.10. Da haben wir ein Quadrat zwischen Mars und der Sonne. Und das ist immer schon so eine Konstellation, wo man auf der einen Seite sagt, okay, da kann ich gestresst sein, da kann eine Hektik ausbrechen, aber natürlich auch kriegerische Geschehen, einfach noch einmal aufgeheizt werden, wo noch einmal Benzin ins Feuer gegossen wird. Also das ist immer so, da haben wir ein paar so Aspekte drinnen mit dem Mars und ja, vor allem dann eben auch 22.10. bis 29.10. Da haben wir Mars, Uranus. Das wäre zwar dann ein Sextil, aber ist immer noch eine sehr, also ist eigentlich optisch, also optisch sage ich, ist eigentlich positiv zu werten, aber unter diesen Umbrüchen etwas extrem Labiles. Das kann so eine Freiheitskampf-Tendenz sein, aber es ist auf jeden Fall der Kampf, der Einsatz drinnen. Und man muss dann halt natürlich auch schauen, was passiert denn da? Also wie reagiert denn jemand, wenn jetzt zum Beispiel eine Volksgruppe aufsteht und sagt, ja, sie kämpfen für Freiheit. Also da haben wir wirklich so Mars-Uranus-Sextil noch einmal Ende Oktober. Also eher eine unruhige, sehr bewegte Zeit. Und der Mars hat dann auch noch mal ein Quadrat zum Merkur, und zwar vom 24.10. bis 1.11. Also sieht man einfach, okay, da geht's, da geht's ab. Und eine sehr frustrierende Mars-Konstellation, die sicher länger anhält. Und da haben wir zwei davon. Ab 27.10. bis 11.4. ist der Mars im 1,5 Quadrat zu Saturn. Also da kann man sich immer vorstellen, der Saturn ist der Bremser und der Mars ist der, der vorgehen will. Und das in der frustrierenden, in einer frustrierenden Form. Und da wäre es für mich schon so, dass man sagt, vielleicht Friedensgespräche oder da, wo Regeln festgestellt werden oder festgelegt werden sollen, kann es zu einem Scheitern kommen. Und natürlich Mars-Opposition-Pluto ist ein Gewaltaspekt. Also da müssen wir damit rechnen, dass sich die Konflikte eher verschärfen und dann nichts deeskalierend wirkt. Also das ist auf jeden Fall für den Oktober schon eine große Belastung. Also dieses kriegerische Geschehen. Und gerade wenn Krieg im Außen ist, dann musst du immer für, und wenn ich das jetzt sage, und das klingt vielleicht kitschig, esoterisch, aber genau in solchen Zeiten solltest du schauen, wie kannst du Energie positiv nutzen, wie kannst du deine Kraft positiv nutzen und dich nicht in Angst oder Wut verstricken, sondern schauen, dass du für dich kreativ, positiv Fortschritte machst. In deinem persönlichen Wachstum vielleicht. Und wenn du dir dann nicht sicher bist, wo du ansetzen solltest, kannst du ja mal in dein Horoskop schauen. Das ist eine gute Möglichkeit, das kannst du auch bei mir bestellen, die Jahresanalyse für 2025 schon und natürlich auch deine Persönlichkeitsanalyse, dass du mal siehst, okay, wo spielt sich denn da was bei mir ab oder auch deine Lebensthemen. Und das ist einfach so Energie, die gut und positiv für dich nutzen. Also kann ich empfehlen. Link findest du unten in der Beschreibung zum Video. Also wie gesagt, kriegerische Zeiten, aber was ist der schönste Krieg? Die schönste Auseinandersetzung ist natürlich die Liebe und die Venus hat da ein paar Flirt-Aspekte auch mit drauf. Unter anderem. Wir haben da ein wunderschönes Trigon Mitte Oktober 14. bis 17. Da hat die Venus zum Neptun in den Fischen. Das heißt, das ist der Liebestraum. Das ist dann auch noch einmal die Sehnsucht. Und die Venus steht ja auch im Skorpion drinnen. Und das ist ja so ein Zeichen, wo es ja auch um die Ehe geht. Also da auch noch einmal fixe Bindungen, Beziehungen werden da gerne einmal überprüft, werden und können sich da auch noch einmal weiterentwickeln. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Konstellation. Und wir haben den Flirt, den plötzlich auftauchenden Flirt, also auch Mitte Oktober, 13. bis 16. haben wir die Venus Uranus auch noch mal drauf. Also das ist einfach so flirten, offen sein, plötzliche, romantische Begegnungen. Also einfach eine schöne Frequenz fürs Herz. Und das ist ja durchaus mal was Nettes. Kann man ja so sagen und kann man auch so stehen lassen. Ja, also wir haben Mars, wir haben Venus. Und wir haben vom 24. Oktober bis 8.11. den Jupiter im Trigon zur Sonne. Und der Jupiter steht im Zwilling. Also das ist ja auch so Kommunikation. Das ist auch so das Denken, da können wir gute Ideen haben, können wir geschäftlich einiges umsetzen. Können wir natürlich auch mit der Sonne in der Waage drinnen partnerschaftlich eine gute Energie reinbringen. Also in bestehende Partnerschaften. Wir können gute Ideen haben. Wir können unter diesen Zeichen, wenn es zu körperlich wird, leider ein bisschen zulegen. Also Jupiter ist immer aufpassen mit dem Völlern. Ja, also da schmeckt es einem dann ganz gut und da kann man dann ganz gerne auch mal was zulegen. Also da haben wir Jupiter, Sonne, Trigon, eigentlich eine Glückskonstellation vom 24.10. bis 8.11. begleitet uns das. Also da, das ist auf jeden Fall was Schönes und auch was sehr, sehr Positives. Neben diesen ganzen Krawallkonstellationen, würde ich sagen, die wir haben. Grundsätzlich gilt der Oktober jetzt von der Energie her natürlich immer auch mit den Finsternissen und es wird jetzt dunkler. Es ist so ein bisschen auch dann Ende Oktober kommt ja dann Skorpion rein. Also ab 24. Oktober haben wir die Skorpion und die Pluto-Zeit, die Transformationszeit. Also es wird kühler, es wird dunkler und da sorge einfach auch für dein inneres Licht, sorge für eine positive, ausgewogene Stimmung. Schau, dass du genug Bewegung machst, dass du rauskommst, auch wenn es nass ist und regnet. Schau einfach, dass du deine psychische Verfassung wirklich in Form hältst und sorge einfach gut für dich. Und wie gesagt, unter Jupiter, Sonne, vielleicht nicht nur fürs leibliche Wohl, auch fürs leibliche Wohl, ist ja schön. Wie gesagt, übertreibt man gerne mal. Aber bitte schau, dass du innerlich auch stabil bleibst. Denn Mars ist, wie gesagt, kriegerisch. Drückt auch mal auf die Sonne, drückt auf Unruheaspekte und lass dich von diesen Unruhen, den äußeren Unruhen nicht aus der Ruhe bringen und nutze auch vor allem die Veränderungen, die diese Unruhen unmöglich bringen, positiv für dich. Das ist ja gut, wenn du sagst, hey, da komme ich jetzt anders in mein Tun rein, da komme ich anders in meine Kraft rein, da starte ich neue Projekte, neue Veränderungen, neue Ideen in mein Leben rein. Das einfach, und das ist ja das Wichtigste, die Energie gut fließen kann. Die Energie in deinem Leben soll positiv fließen. Das wäre mal so die Zusammenfassung für den Oktober. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein tolles, tolles Monat. Wir sehen uns demnächst wieder. Vielleicht mal live bei einer Sitzung, bei einer Beratung oder auch natürlich hier am Kanal bei einem neuen Video. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, das Video teilst und immer gerne likes, talest. Das hilft einfach enorm weiter da. Gut, dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Alles Gute aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss.